Guten Abend Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Frankreich ist mal wieder in Trauer, denn die Musik-Ikone verstarb am Sonntag im Alter von 70 Jahren. Sie hatte ihre Karriere mit 15 begonnen, gewann mit Proport des Chiers, Proport des Sons, 1965 für Luxemburg den Grand Prix Eurovision, Lela Chains. Danach sang sie auch auf Deutsch ihren größten Hit. Hierzulande hatte sie 1988 mit Ella Ella das Lied, hielt sich vier Wochen lang auf Platz 1 der Charts. Gall erkrankte 1993 an Brustkrebs, bezwang die Krankheit allerdings und kehrte 2015 noch einmal ins Rampenlicht zurück. Mit ihrem Musical We Saint feierte sie große Erfolge. Vor zwei Jahren kam der Krebs wieder. Diesmal verlor sie leider den Kampf. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß hier auf meinem Kanal. Wenn euch meine Videos gefallen könnt ihr mich gerne abonnieren. Wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video. Wir sehen uns wieder bei meinem Kanal.